servus leute hier ist wieder euer sauerkraut 200 und heute gibt es wieder ein neues nizzo speed pbk bild video und heute an der reihe ist der back custom f 132 den homer ja schon bereits im 2015 an die zu spiel gehabt und schau mal was man so schönes machen können also wir könnten einmal auf kaputt um rüsten wo macht man mal wenn man schon nicht viel machen können dann macht man das wenigstens dieses geld diesmal können wir auch vorne die scheinwerfer um ändern da werde ich glaube ich machen wir mal schwarze klappt es passt nämlich ganz gut im design so vor der räder könnten wir die felgen umändern auf diese groß allerdings ziemlich hässlich greifen mäßig könnten wir diese drauf packen diese zu sehen ist links wollen wir das dem ist links drauf größer können wir nicht denn dann bremsscheiben können ob tremble brems nummer ist das macht wenn ich wir rüsten auf brem posum in denn des seines legt schon geil aus ja gut passt dann hätten wir das dann könnten wir noch heckleuchten momentan es los marot und den spoiler um montieren und ich glaube das macht man weil es einfach besser zu meinem design passt weil ich mache schlicht resser gut dann war es das auch schon mit die ganzen teile was man einbauen können tiefer legen können man nicht alt und luft verwerk bringt auch nichts wenn es das erbaut der kommt nicht tiefer runter das ist die tiefste position gut passt dann mache ich jetzt noch ein schickes design und dann sehen wir uns nachher wieder gut passt jetzt eines fertig schlicht der rest des ein und die vorderen scheinwerfer werden wir noch auf die blauen und die natur auch die blauen die passt schön dazu feldner los sogar oder manchmal schwarze ja manchmal schwarze drauf kann sich keiner beschweren gut passt gut dann wäre es das mit dem design wollen wir mal raus verdammt unterboden neons gehen wir einbauen theoretisch misst hat es aktiv sei dann die unterboden neons schnell 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 wir brauchen platinblau wir brauchen eigentlich ist oder platinblau glaube ich passt dazu ja schnell raus oder haben sie schon gut passt es wäre noch dabei so gut passt dann nehmen wir noch den schönen sonnenuntergang mit mit unseren schlichteren wenn man das schlicht bezeichnen kann weil es ist ja richtig heftig sauber aber ja gut passt noch mal ein foto und dann war es das auch schon wieder mit dem video wenn es nicht gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben da aboniert und dann sehen wir uns das nächste mal wieder tschüss 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 tschüss